So, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Omas, ich freue mich sehr. Es ist nicht akzeptabel, das, was Präsident Rouhani angekündigt hat, wonach im Iran heute damit begonnen werden soll, 1.044 Zentrifugen in der Anlage Fordow mit Gas zu speisen. Das ist ein Schritt, der ist unvereinbar mit den Verpflichtungen des Irans aus dem Nuklearabkommen und der Iran setzt damit das Abkommen weiter aufs Spiel. Gestern hat der Iran angekündigt, dass er die Verarbeitung... Und wir fordern deshalb den Iran auch eindringlich auf, alle, und zwar alle seit Juli unternommenen Schritte rückgängig zu machen und zur vollen Erfüllung seiner Verpflichtungen zurückzukehren. Und wir stehen dazu auch mit der IAEO und den anderen JCPO-Partnern in einem engen Austausch und wir werden uns auch weiter abstimmen, wie wir damit umgehen. Unser Ziel ist es weiterhin, das Nuklearabkommen zu erhalten.